Ja, so wirklich überzeugend ist die Stabilisierung der Wall Street heute nicht. Wir haben zum einen eine überwiegend negative Reaktion auf Quartalszahlen. JP Morgan hat ja eigentlich ganz gute Ergebnisse gemeldet, aber die Aktie ist schwächer. Wells Fargo nach den Zahlen besonders schwach, weil hier die Betriebskostenspanne für dieses Jahr angehoben wurde. Und bei der City, anfangs noch deutlich fester, werden die Kursgewinne schon wieder zum Teil abgegeben. Auch hier werden die Betriebskosten am oberen Ende der bisher angegebenen Spanne liegen. Also alles nicht wirklich so glänzend und vor allen Dingen haben wir sehr viel Verunsicherung in Sachen Inflation. Die Verbraucherpreise gestern ja nun überraschend schwach. Die Erzeugerpreise für den Juni heute dafür umso stärker, wesentlich über den Erwartungen vor allen Dingen die Kernrate im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr. Hier wird also wirklich die Frage sein, wie die Notenbank reagieren wird. Der Markt geht aber davon aus, dass wir mit einer fast 100% Wahrscheinlichkeit im September eine Zinssenkung sehen werden. Tja, der Donnerstag war der Tag der ungeliebten Aktien und Sektoren. Es war ein schwacher Tag nach den Verbraucherpreisen. Aber im S&P 500 schlossen am Donnerstag über 400 Aktien im Plus. Warum war der Index schwach? Well, wegen den Überfliegern der letzten Monate. In anderen Worten, die ersten werden die letzten sein. Alles, was im Prinzip nicht lief in den letzten Wochen und Monaten, der Russell 2000 für Nebenwerte, der S&P 500, Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, also marktgewichtet ist. Diese Indizes schlossen am Donnerstag sogar im Plus. Dafür also Gewinnmitnahmen bei den Momentumwerten, die extrem gut gelaufen sind. Allen voran auch bei Tesla. Hier wurde gestern berichtet, dass das Robo-Taxi-Event von August wohl auf den Oktober vertagt wird. Und jetzt am Freitag haben wir dazu auch noch eine Abstufung der UBS von Tesla. Die Aktie wird auf Verkaufen abgestuft. Ich bleibe aber kurz nochmal bei den Erzeugerpreisen. Die lagen im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr ziemlich über den Erwartungen des Marktes. Wenn wir uns die Gesamtrate anschauen, dann hatten wir einen Anstieg von 0,2% und 2,6% im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr. Erwartet wurden 0,1% und 2,3%. Die Kernrate noch stärker gestiegen als erwartet, 0,4% und 3% erwartet wurden 0,2% und 2,5%. Also die Erzeugerpreise haben überraschend wieder an Dynamik gewonnen. Trotzdem dürfte Jerome Powell mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bis zur September-Tagung die Zinswende einleiten. Er wird übrigens am Montag eine Rede halten im Economic Club in Washington. Da wird die Wall Street sehr gut hinhören. Die Sorgen um die Wirtschaft nehmen nämlich zu. Das steht außer Frage. Wir haben den ISM-Einkaufsmanager-Index der Dienstleister und der Industrie unter 50 gehabt. Im Juni bedeutet also nachlassende Aktivitäten. Wir haben auch Unternehmen, die unter der Disinflation leiden. Der Nahrungsmittelkonzern Conagra, Pepsi, was das organische Umsatzwachstum betrifft, oder auch eine Delta Air. Hier sehen wir Margendruck. Lufthansa übrigens aus einem ähnlichen Grund musste die Erwartungen jetzt auch senken. Das gleiche Bild wie bei Delta. Das heißt also, diese Debatte um Inflation verschiebt sich an der Wall Street jetzt auf die Wachstumsfrage. Wie stark ist die Wirtschaft wirklich? Wie stark kühlt die Wirtschaft ab? Die Notenbank hatte ja immer wieder betont in den letzten Tagen und Wochen, dass das Mandat eben nicht nur Inflation ist, sondern eben auch Wachstum. Und das macht eine Zinssenkung vor oder bis zur September-Tagung eben wahrscheinlich. So, jetzt möchte ich die Banken mal aufgreifen. Die Ergebnisse der Banken sind im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut ausgefallen, mit einigen Schönheitsfehlern. Und vor allen Dingen sind die Aktien in den letzten Tagen so stark gestiegen, dass wir jetzt eben doch Gewinnmitnahmen sehen. Wir haben vor allem die Aktien von Wells Fargo im Minus. Die Netto-Zinseinnahmen lagen unter den Erwartungen. Und vor allen Dingen werden die erwarteten Betriebskosten für das Gesamtjahr nach oben revidiert. Das tut weh und die Aktie ist dementsprechend schwächer. Die Citigroup war anfangs noch deutlicher auf der Gewinnerseite, gibt aber einen Teil der Gewinner ab. Auch hier das Ergebnis besser als erwartet. Rückblickend angetrieben auch durch das Investmentbanking und den Aktienhandel. Aber die Betriebskosten werden hier in diesem Jahr ebenfalls am oberen Ende der bisher angepeilten Spanne liegen. So, der Primus JP Morgan, der liefert, aber die Aktie ist trotzdem auf der Verliererseite. JP Morgan, wenn man mal die ganzen außerordentlichen Posten rausrechnet, konnte mit einem Gewinn von 4,40 Dollar die Schätzungen um 12 Cent übertreffen. Die Rückstellungen für Kreditschieflagen waren auch im Rahmen der Erwartungen. Also keine großen Hiobsbotschaften hier. Und Jamie Dimon, der CU dort, macht das, was er in den letzten Monaten, muss fast sagen, Jahren oft gemacht hat. Nämlich der mahnende Finger. Jawohl, die Folgen der strafferen Geldpolitik seien noch nicht vollends angekommen. Also wie läuft es in der Wirtschaft weiter? Die Inflation macht Fortschritt, aber es gibt immer noch inflationäre Herde innerhalb der Wirtschaft. Zweite Mahnung. Der dritte Faktor, das geopolitische Umfeld sei so gefährlich wie Potenzial schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Also mahnende Worte auf breiter Front. Die Reaktion der Banken insgesamt ist heute sehr verhalten. Lasst uns bei der Gelegenheit kurz mal einen Blick auf die nächste Woche werfen. Wir haben nächste Woche sehr viele Ergebnisse anstehen. Unter anderem am Montag Goldman Sachs und dann auch Morgan Stanley. Man muss sagen, dass bei beiden die Zahlen eigentlich sehr gut ausfallen müssten. Denn JP Morgans Wachstum im Investmentbanking, 50 Prozent, sehr wuchtig, bei der City auch sehr fest. Und gerade Goldman und Morgan Stanley müssten davon eigentlich profitieren. Wir haben am Dienstag dann die Zahlen von Johnson & Johnson. United Air und SL Green am Mittwoch. Wir haben am Donnerstag Taiwan Semi und Netflix. Und dann am Freitag American Express und Schlumberger. Und dann ganz wichtig in Europa im AI-Sektor, ASML am Mittwoch. Auch hier wird man sehr stark darauf achten, wie die Ergebnisse denn ausfallen. So, kommen wir mal von der Wirtschaft und den Ergebnissen zu den Analystenkommentaren. Da gibt es einige heute Morgen. Wir haben zum einen eine Abstufung der UBS für die Aktien von Tesla. Der Wert also müsste heute erneut unter Druck stehen. Wir haben BMO Capital, die bei Microsoft das Kursziel auf 500 Dollar anheben. Hier bleibt man bei der Kaufempfehlung. Netflix, die ja nächste Woche Zahlen melden. JP Morgan hebt im Vorfeld die Kursziele deutlich an. Von 650 auf 750 Dollar. Bei Benchmark ist jetzt nicht das größte Investmenthaus an der Wall Street. Hier steigen die Kursziele für Nvidia von 135 auf 170 Dollar. Bin also sehr gespannt, ob dieser Reversal, die Gewinnmitnahmen im Tech-Momentum-Sektor gestern noch weiterlaufen wird. Zugunsten der zurückgebliebenen, ungeliebten Sektoren. Zum Schluss ein Wort noch zu der Rede von Joe Biden auf der NATO-Tagung. Bitter. Anders kann man es nicht beschreiben. Kamala Harris verwechselt mit Donald Trump und dann Putin angekündigt. Statt Zelensky, der Aufschrei der Demokraten ist in den USA kaum mehr zu überhören. Der Zeitpunkt naht, an dem Joe Biden einen Rückzieher machen müsste. Der Druck nimmt erheblich zu. Zumal auch die Spendeneinnahmen für die Wahlkämpfe erheblich austrocknen und zurücklaufen. Je länger Joe Biden an dem Gedanken festhält, zweite Amtszeit, umso bessere Karten hat Donald Trump und haben die Republikaner, was die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus betrifft. Das ist jedenfalls die Meinung, die man hier an der Wall Street oft hört. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Wir hören uns am Montag wieder.